Ja, dann zerstören wir die Hellenportale irgendwie... Ja... Irgendwo... Irgendwann... Dann sind wir... Achso, ich bin weiter durch das Portal da... Ja, ich komm, ich komm, hier bin ich... Ja, hallo, hallo... Ja, hi, 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 hi... Hi, wo? Was? Hi, wo? Ibo? What? What? Mach den besten Döner... Oh ja... Der Ibo... Den besten Döner im Dorf... Oh ja... Gibt's da noch eine andere... Wir haben zwei... Ja, wir haben zwei... Wow... Ich hab auch zwei gleich hier im Sack... Ja man, da kriegst du eigentlich den besten Döner bei dir im Sack... Ja... Die haben so... Sterne als Loco... Ja... Da haben wir gleich gegessen, da voll... Ähm, in der Mittagspause... Echt... Ja man... Ich find das... Ich find das total beschissen, dass wir am Mittwoch wahrscheinlich arbeiten müssen... Nach der Schule... Ja... Jedemseits... Ja... Jedem sowieso kehrt... Das ist total... Sinnlos... Ja... Ja... Jede Miesige gehört, Matze... Du musst da grad was sagen, ne... Letztes Jahr... Ha... Heute um elf aus... Ha... Heute um elf aus... Ha... Keine Mittagsschule... Ein halbes Jahr... Ha... Ja... Ja... Ist doch geliege... Ha... 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 Das hab ich gesagt... Okay... Die größten... Ja... Wie kann ich's denn sagen... Ohne dass sich jemand angegriffen fühlte... Wahrscheinlich gar nicht... Ne... Ich sag einfach gar nichts dazu, so... Okay... Sieh dir diese gehalten an... Jetzt treffen sie mit komischer Verdartnis... Juuu... Matze, hier unten hab ich so ein Portal gefunden... Oh... Ja ich komm... Boah... Da kommt wieder Stammvieh... Auf den freu ich mich jetzt schon... Haha... Kennst du Stammvieh? Bestimmt... Aber quasi nicht... Wart... Also hier kommt mindestens einmal ein Stammvieh... Okay... Das weiß ich noch... Das waren so die Dinger wo man sich so gedacht hat... Boom... What the fuck... Haha... Ich wollte fach Boom? Nee... In dem Fall war's Boom... Und dann... What the fuck... Okay... Weil wenn die einmal ausgeholt haben... Und dich erwischt haben... Dann... Ja... Das tat weh... Okay... Vor allem dann auf Inferno später... Also... Ja... Das war lustig... Mein Kumpel... Mein Kumpel... Den hat's immer bei... Schon auf... Hölle... Umgemäht... Ach... Ich hab ihn einfach... Da ist Stammvieh... Guck... Oh... Okay... Das ist wirklich Stammvieh... Ach... Das war so cool... Das war immer so cool damals... Wenn mein Kumpel einfach One-Hedges hat mit seinem Baban... Ach... Ach... Das war so cool... Ach... Krankische Scheiß... Oh ja... Ach... 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 Oh hier ist noch ne Truhe... Was? Hier sind noch 2 Truhen... Truhen... Tron fang mit demselben Buchstaben an, wie das, was ich am liebsten mag. TORTALINI! HAHAHA! Okay, boah, ich hab's kam jetzt. Ich weiß ja nicht an was du gedacht hast, wahrscheinlich an dasselbe. Ja, natürlich. Ist klar. Ja. Leben nicht. Leben nicht. Oh man. Oh man. Ja, ich sag das gut. Ich sag's dir auch gleich. Oh, da kommt unser Drücker. Oh, das war so geil auf dem... Oh, guck mal ein Portal. Oh, schon? Ja. Der fahrt, Tor zur Hölle. Ich hab mir aufm Oktoberfest, hab ich mir so gebrannte Mandeln gekauft. Und dann... Oha, nimm 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 nimm. Und die eine, bei der wir waren, die hat mich gestressig so... Pass bloß auf, was du sagst, sonst fängst du eine. Die guckt mich voll geschockt an. Und ich, nimmt ne gebrannte Mandel raus und sagt Pfann. Und sie hat eine gefangen. Oha. 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 Das ist doch scheiße. Schon. Voll hart. So hardcore. Ja, aber guck mal was du aufm Kopf hast. Cool. Was? Ich seh aus wie... What? Du siehst aus wie der König der Löwen, nur auf zwei Beinen. Ja. Ja, geil. Ich hoffe, der Dirk findet mich hier. Ohja. Komm mal auf, ein Brotoiden hier. Ja. Stimmt. Oh, ich krieg das Foto. Ohja, ich auch. Zu geil. Ich seh viele Fotos. Ohja. Vor allem, wenn da so ne Katze drauf ist. Hier. Ja, aber... Ja. Die guckt doch ein bisschen krankig. Aber bloß ein bissl. Krankig. Ah, ein bisschen? Na jo. Ein bisschen. Boah. Und dann stehen da irgendwie Sachen wie, wie dein schöner Tag für dich zu sterben. Das ist ein bisschen krankig. Ja, das ist ein bisschen krankig. Ja, das ist ein bisschen krankig. Du musst hier nicht krankig. Stammfie! Stammfie! Wir hatten da mal irgendwie... So hat das noch nicht... Oh... Wir hatten da mal so einen verbackten Stammfie. Das war ein... War eine Elite-Gruppe. Und die hatten... Oh Gott, wie heißt denn das? Die konnten sich halt klonen. Also... Okay. Kennst du bestimmt. Und auf einmal haben die sich alle geklont, so auf einen Streich und dann standen da irgendwie 25 oder 30 Stampfis rum und wir so WAAAS! WAAAS! Alter! Alter! Und wir hatten irgendwie so zwei Guffelklassen zum Bomben, also ein Barbar, der kann relativ gut Bomben und ein Mönch kann jetzt nicht so toll Bomben. Ja. Wir waren total überfordert und wir sind da bestimmt eine halbe Stunde lang rumgerannt, haben versucht die zu töten und der letzte Stampfis, der Goldene von denen, der ist einfach nicht gestorben. Da war's. Shit. Oh, geht's jetzt. Danke. Es war einfach nicht möglich den zu töten. Danke scheiße. Dann haben wir das Level neu gestartet. Also Haus, wieder rein. Ja. Oh, Fetisch Armee. Passt gerade zum Thema. Was? Ja, dann ging's auf einmal, dann war der innerhalb von ein paar Sekunden tot. Dann war uns irgendwie klar. Okay, der war bestimmt verpackt. Ja, schon. Was? Was? Von was ist es? Wie ist es? Also, der Slamfer. So eure Wolke Stehen hier noch rum Ich packe mal die Fetisch-Armee aus Ne, warte mal, dann nehme ich das hier weg Dann hole ich Hodor wieder Na klar, Hodor muss Ja, da, Koloss Oh, was ist das? Ja Dann halten die Fetisch-Armee 20 Sekunden, ok Sweet, sweet home Alabama Sweet Los, Hodor Hodor gonna holen Hodor Hodor ist genau Hodor, richtig Hodor 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 Jetzt habe ich da aufgesammelt Hodor Hodor Waaat Hodor 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 Ich bin immer noch geschockt Hodor 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 Zum Grundwissen dazu Ja Und hier ist ein Tor Heil Gesangtum Hör mal da rein Ja, ich guck mal rein Oh mein Gott, guck mal wie viele Mobs ihr hier bei mir habt Also, so Diener Bekleider Ja Ja, sieben Stück Voll gut Wie lang halten die denn überhaupt? Muss ja darstellen, oder? Neuer Rekord, 18 Objekte zerstört 60 Sekunden Hammer Oh Mann Oh, oh, das sieht creepy aus, ich darf einfach mal drinnen Oh, oh, das sieht creepy aus, ich darf einfach mal drinnen